Als Filter werden in der Elektrotechnik und Nachrichtentechnik Schaltungen bezeichnet, die ein elektrisches Signal abhängig von der Frequenz in der Amplitude und in der Phasenlage verändern. Dadurch können unerwünschte Signalanteile abgeschwächt oder unterdrückt werden. Klassifizierung und Anwendungen Filter lassen sich nach mehreren Kriterien klassifizieren, zum Beispiel nach ihrer Komplexität, ihrem Frequenzgang, den verwendeten Bauelementen, der Schaltungsstruktur, der verwendeten Berechnungsmethode, der Trennschärfe bzw. Steilheit und der Phasenverschiebung. Filter im klassischen Sinne, wie Tief- oder Hochpass, verändern den Frequenzgang. Sie werden auch Siebschaltungen genannt. Schaltungen und Verfahren, die komplexere Eigenschaften wie Phasenlage, Impedanz und Rauschanteile verändern, werden ebenfalls unter dem Begriff Filter zusammengefasst. In der Tontechnik werden digitale und analoge Frequenzfilter auch als Equalizer bezeichnet und als Soundeffekte eingesetzt. Dazu gehören auch Präsenz, Absenz, Bandpass, Hochpass und Tiefpassfilter. Bekannte Anwendungen sind Hörfunk, Rundfunk, Auswahl einer bestimmten Sendefrequenz, um einen Sender zu empfangen. Dabei wird nur die eingestellte Frequenz empfangen. Alle anderen Frequenzen werden ausgefiltert. Lautsprecherweiche Die unterschiedlichen Frequenzen für Höhenstiefen und Mittelten werden aufgesplittet und an die entsprechenden Lautsprecher verteilt. Netzfilter Sie unterdrücken Knackser beim Einschalten anderer Verbraucher und sonstige Störungen. Messwertverarbeitung im Maschinenbau, der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrttechnik Geschichte Die Grundlagen der Theorie der elektrischen Filter wurden schon 1915 von dem deutschen Carl Willi-Wagner und dem Amerikaner George Ashley Campbell entwickelt. Frequenzfilter Frequenzfilter sind Schaltungen mit vorgegebenem frequenzabhängigem Übertragungsverhalten. Die bestimmte Frequenzbereiche des Eingangssignals unterdrücken und oder andere Bereiche bevorzugt übertragen sie ihr Durchlassbereich Filtertypen. Filter und Frequenzgang Selektionsverhalten Die theoretischen Standardfälle des Selektionsverhaltens eines Filters sind. Ein Tiefpassfilter schwächt die hohen Frequenzen bis zu einer Grenzfrequenz und lässt alle tieferen Frequenzen praktisch ohne Abschwächung passieren. Anwendung findet dieser Tiefpass zum Beispiel als Anti-Aliasing-Filter oder zur Rauschunterdrückung. Ein Hochpassfilter schwächt die tiefen Frequenzen bis zu einer Grenzfrequenz, während alle höheren Frequenzen durchgelassen werden. Mit diesem Hochpass lassen sich unter anderem Gleichspannungsanteile oder langsames Driften im Signal unterdrücken. Ein Benpassfilter schwächt alle Frequenzen außerhalb eines Frequenzintervalls ab, das durch zwei Grenzfrequenzen festgelegt ist. Amplituden oder Frequenzmodulierte Signale tragen den Hauptanteil ihrer Informationen in einem begrenzten Frequenzband. Ein Benpass lässt diesen Anteil aus Frequenzgemischen passieren und sperrt die Anteile unterhalb und oberhalb der Grenzfrequenzen. Benpassfilter werden auch Kurzbandfilter genannt und zum Beispiel im Hochfrequenzbereich eines Superherrundfunkempfängers zur Frequenzselektion, der Zwischenfrequenz verwendet. Ein Benstopfilter stellt die Umkehrung des Benpassfilters dar. Nur Frequenzen innerhalb eines Frequenzintervalls, das durch zwei Grenzfrequenzen festgelegt ist, werden abgeschwächt. Störungen fester Frequenz, wie die Störungen der Netzfrequenz oder die Einstrahlung von Rundfunksendern, lassen sich aus dem Signal mehr oder weniger wirkungsvoll entfernen. Ein Eupassfilter lässt alle Frequenzen bei gleicher Verstärkung zum Ausgang durch. Mit Eupassen kann eine frequenzabhängige Phasenverschiebung durchgeführt oder eine Impedanztransformation durchgeführt werden. Ein Multiratenfilter wird in der digitalen Signalverarbeitung zur Konvertierung von Signalfolgen zwischen unterschiedlichen Abtestraten verwendet. Es dient zur Unterdrückung von Aliasing und zur Vermeidung von Spiegelspektren. Punkt. Der Idealfall einer rechteckigen bzw. stufenförmigen Übertragungsfunktion lässt sich in der Praxis allerdings nicht erreichen. Im Rahmen des Filterentwurfs zur Bestimmung der Filterparameter wird üblicherweise von einem normierten Tiefpassfilter ausgegangen. In Folge werden die ermittelten Filterkoeffizienten mittels Filtertransformationen wie der Tiefpass-Hochpass-Transformation oder einer Tiefpass-Bendpass-Transformation auf die eigentliche Filterart des Zielsystems umgesetzt. Entsprechende Filterarten werden sowohl im Niederfrequenzbereich als auch im Hochfrequenzbereich verwendet. Parametrische Filter sind in einem oder mehreren Parametern einstellbar und können meistens wahlweise als Tiefpass-, Hochpass- oder Bendpass-Filter betrieben werden. Einsatzgebiete sind Mischbulte und Audiotechnik. Lineare und nicht-lineare Filter Lineare Filter Bei einem linearen Filter sind die Eigenschaften der Filterung unabhängig vom Signalpegel. Das Signal wird nicht verzerrt, wenn man das Eingangssignal für eine bestimmte Frequenz um einen Faktor A vergrößert. So ist auch das Ausgangssignal für diese Frequenz entsprechend vergrößert, die Form des Signals wird dabei nicht grundlegend verändert. Tiefpass-, Hochpass-, Bendpass-, Bandsperre- und Allpass werden als lineare Filter bezeichnet. Es gibt aber auch wesentlich komplexere lineare Filter. Beispielsweise ist ein Echo-Effekt oder ein Kammfilter ebenfalls linear. Sie können als Vierpol-Lasert-Schaltbild dargestellt werden. Nicht-lineare Filter Bei einem nicht-linearen Filter sind die Eigenschaften der Filterung abhängig vom Signalpegel und vom zeitlichen Verlauf des Signals. Das Signal wird in seiner Form verzerrt. Zu den nicht-linearen Filtern gehören zum Beispiel Begrenzer, Verzehrgleichrichter und Medianfilter. Aktiv-Versus-Passiv-Passive Filter oder elektrische Filter. Die einfachsten Filter basieren auf Kombinationen von Widerständen, Spulen, Kondensatoren oder zum Beispiel Quarzen- oder Keramikelemente. Damit sind zum Beispiel Filter aus LCRL, LC, LCQ oder ECL-Kombinationen realisierbar. Da diese Filter ohne externe Spannungsversorgung arbeiten können, werden diese Kombinationen passive Filter genannt. Je nach Aufbau des Netzwerkes wirken die Filter als Tiefpass-Bendpass, Hochpass-Bendstopp oder als Eupass-Filter. In den meisten Filteranwendungen ist ein scharfer Übergang der Übertragungsfunktion vom Durchlass in den Sperrbereich erwünscht. Die Schärfe wird durch die Güte des Filters angegeben. Je größer die Güte, desto größer ist die Dämpfung im Sperrbereich pro Dekade. Der Grad und Art der Übertragungsfunktion und damit auch die Anzahl und Qualität der Bauelemente des Filters sowie die Kosten für die Realisierung richten sich nach der gewünschten Güte. Passive Filter werden oft nach der Art ihrer Übertragungsfunktion bezeichnet, zum Beispiel Bessel-Chebyschef-Cower-Filter. Sie eignen sich besonders gut für Filteraufgaben im Bereich hoher Frequenzen und hoher Leistungen sowie in allen Anwendungsfällen, bei denen es auf geringes Eigenrauschen und hohe Linearität ankommt. Eine Sonderform von passiven Filter stellen die mit Hohlleitern realisierten Hohlleiterfilter dar. Da dabei keinen diskreten Bauelemente eingesetzt werden, sondern sich die Filtereigenschaft durch die Geometrie des Aufbaus ergibt. Aktive Filter oder elektronische Filter Aktive Filter bestehen neben den passiven Komponenten noch aus aktiven Komponenten wie zum Beispiel Transistoren oder Operations-Verstärkern. Damit benötigen aktive Filter stets eine eigene Spannungsversorgung. Bei der Realisierung aktiver Filter werden häufig neben den aktiven Komponenten nur noch Widerstände und Kondensatoren eingesetzt. In diesem Fall wird ein solcher Filter auch aktiver RC-Filter genannt. Ein aktiver, analoger Filter zweiter Ordnung mit einem Operations-Verstärker und mehreren Widerständen und Kondensatoren mit besonders einfachen schaltungstechnischen Aufbau wird als Silent Key-Filter bezeichnet. Mit aktiven Komponenten können Induktivitäten simuliert werden, wodurch gerade bei kleinen Frequenzen auf große Spulen verzichtet werden kann. Aktive Filter besitzen dadurch den Vorteil, dass durch den Verzicht auf Spulen hohe Güten erreicht werden können. Zusätzlich erlauben die aktiven Komponenten eine einfach zu integrierende Verstärkung des Sign-Aids, sodass aktive Filter zugleich auch Verstärker darstellen, dieses ist aber keine zwingende Kombination. Analoge Filter Ein Filter wird als analoges Filter bezeichnet, wenn es die Signale, Zeit und Amplituden kontinuierlich verarbeitet. Digitale Filter und digitale Signalprozessoren Die digitalen Filter lassen sich nach der Art des Eingang- bzw. Ausgangssignales einteilen, berücksichtigt wird, ob diese analog oder digital vorliegen und weiter bearbeitet werden. Im ersten Fall muss das Eingangssignal über einen AD-Wandler digitalisiert werden, bevor es bearbeitet werden kann. Nach der Bearbeitung muss das Signal mithilfe eines DA-Wandler wieder umgesetzt werden. Durch die Bearbeitung von digitalisierten Signalen entweder mit Signalprozessoren oder mit Computern wird eine Flexibilität erreicht, die von keinem anderen Filtertyp erreicht werden kann. Die Flexibilität liegt darin, dass das Filter durch einen Datensatz modelliert wird, der relativ einfach geändert werden kann. So können mit einem Filter alle oben genannten Filtertypen realisiert werden, ohne dass Änderungen an der Hardware vorgenommen werden müssen. Die oft als Nachteil angeführte Latenzzeit, welche durch die AD- und DA-Wandlung verursacht wird, kann mittlerweile vernachlässigt werden, da sie bei üblichen Wandlern nur noch wenige Samples beträgt. Durch die Verwendung einer höheren Abtastrate kann diese noch einmal verkürzt werden. Da zum Beispiel bei DA-Wandlern ein Tiefpassfilter mit einer geringeren Steilheit zugunsten einer geringeren Latenz gewählt werden kann. Digitale Filter können das Signal entweder im Zeitbereich bearbeiten oder im Frequenzbereich. Im Zeitbereich liegt der Vorteil der digitalen Filter in der nicht vorhandenen Bauteiltoleranz und Alterung der Bauteile. Im Frequenzbereich können die Filter sehr flexibel gestaltet werden. Insbesondere können diese Filter deutlich leichter den vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden, da das Filter als Datensatz vorliegt. Die Transformation zwischen dem Zeitbereich und dem Frequenzbereich kann unter anderem mit der Fourier- oder Laplace-Transformation durchgeführt werden. Anwendung finden digitale Filter zum Beispiel in Audio-Technik als Effektgerät. Videotechnik Funktechnik Weiterhin kann jede Prozedur, die einem digitalen oder analogen Eingangssignal reproduzierbar ein definiertes Ausgangssignal zuordnet. Als digitaler Filter verstanden werden, zum Beispiel Chiffren oder die Filterfunktionen in Audio-Programmen oder Bildbearbeitungsprogrammen. Mit digitalen Filtern können Signale außer in Echtzeit auch zeitlich unabhängig von ihrer Verwendung berechnet werden. Zum Beispiel ist es möglich, sehr komplexe Bearbeitungen anzuwenden, um alte Schallplattenaufnahmen zu restaurieren. Durch Faltung können einem Tonsignal Klangcharakteristiken komplexer Umgebungen aufgeprägt werden. Siehe auch FIR-Filter, andere Filter-Quarzfilter. In den 1930er Jahren stellten Ingenieure fest, dass verschiedene Schwingquarze bei akustischen Frequenzen mitschwingen können. Heutzutage werden Quarze vor allem bei wesentlich höheren Frequenzen eingesetzt. Der Vorteil von Quarz gegenüber anderen harten Materialien ist der piezoelektrische Effekt, der es ermöglichte. Direkt die mechanische Schwingung in elektrische umzuwandeln und umgekehrt, sie stellen daher eine Bauform eines mechanischen Filters dar. Weiterhin besitzen Quarze eine geringe thermische Ausdehnung, sodass die Frequenz über einen großen Temperaturbereich konstant bleibt. Quarzfilter besitzen eine wesentlich höhere Güte als LCR-Glieder. Wenn eine noch höhere Güte benötigt wird, können die Quarze zusätzlich temperaturstabilisiert oder auch hintereinander geschaltet werden. Keramikfilter Das Funktionsprinzip der Keramikfilter, auch die elektrische Filter genannt. Gleichdem der Quarzfilter und bestehen aus spezieller Keramik, wie die Quarzfilter sind, auch sie eine Bauform von mechanischen Filtern. Sie haben schlechtere technische Eigenschaften, sind dafür weitaus kostengünstiger herstellbar. Sie werden vorwiegend im Zwischenfrequenzbereich von analogen Funkempfängern eingesetzt. YIG-Filter Sind durch ein Magnetfeld einstellbare Filter für Mikrowellen im Bereich einiger GHZ-Atomfilter Um Filter bei sehr hohen Frequenzen zu realisieren, können die Eigenschwingungen von Atomen und Molekülen ausgenutzt werden. Dieses wird zum Beispiel bei der Atomuhr verwendet. Diese Filter besitzen extrem hohe Gütefaktoren. Switched Capacitor Filter Bei dem Switched Capacitor Filter werden mehrere Kondensatoren durch elektronische Schalter verbunden und bilden zusammen mit Widerständen ein. Schaltnetz Die Taktfrequenz, mit der die Schalter geschaltet werden, hat direkten Einfluss auf den Frequenzgang. Sie muss deutlich höher als die höchste zu filternde Frequenz liegen. AOW-Filter SAW-Filter Akustische Oberflächenwellenfilter, auch AOW- oder SAW-Filter genannt, basieren auf der Interferenz von Signalen verschiedener Laufzeit. Realisiert mit dem Piezo-Effekt. Es sind hohe Güten erreichbar Ausführung meist als Bandpass-Filter mit einer geringen Bandbreite von wenigen im HZ und finden deshalb vor allem in der Mobilendatenübertragung Anwendung BAW-Filter BAW-Filter sind ebenfalls auf dem Piezo-Effekt beruhende Filter, die auf CMOS-Basis hergestellt werden und gegenüber den SAW-Filtern entscheidende elektrische und physikalische Vorteile bietet. Raced-Cosine-Filter Raced-Cosine-Filter sind realisierbare Impulsform-Filter mit flacher Flanke, die die erste Nyquist-Bedingung erfüllen und keine Inter-Symbolien-Terferenz erzeugen. Raced-Cosine-Filter